Hallo und dann herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus und ich begrüße euch zu Armored Warfare. Mit am Start ist Toni. Los geht's. Panzer vorwärts Marsch. Ja, wir beide fahren jetzt einfach mal eine kleine Korbrunde. Und das ist jetzt Tonis Anfang hier im Krieg. Panzerschlacht. Oh, da vorne geht's richtig ab. Vorne geht's ja richtig ab. Ah, lasst die da vorne erstmal ein bisschen kämpfen. Wir suchen uns Weichziele. Oh, den hab ich noch getroffen. Meiner, 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 meiner. Oh, toll. Marsch. Bam! Hast du den gesehen, wie der weg ist? So, pass auf, Toni, wo bist du? Ey, fahr doch nicht immer so schnell nach vorne. Bis du irgendwann abgeschossen wirst. Und am besten ist, bei den Panzern gerade ein bisschen anzuhalten, um eine bessere Treffer-Wahrscheinlichkeit zu haben, wisst ihr? Voll auf den Turm geschossen. Ich muss den von hinten kriegen. Alter, hast du mir gerade den... Toni, Toni, ich hab dir wohl den Panzer weggenommen. Das kannst du gut. Ja, ja. Und was sagst du jetzt so die ersten paar Minuten hier zu dem Spiel? Gut aus. Ja, ne? Könnte man durchaus mal eine Runde spielen. Also, das ist ja so. Allene macht es ja meistens immer nicht so einen Spaß. Und, äh, wenn ich jetzt mit Toni jetzt noch ein paar Runden spiele. Ich hab'n ja schon tausendmal gesagt, Toni, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal eine Runde das hier probieren? Mal kämpfen. Oh, 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 oh. Ausweichen, ausweichen. Und die Mission ist irgendwie ein bisschen härter, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Nur so vor. Oder ich bin einfach zu schwach? Toni, pass auf, hinter dir kommt ein Panzer. Hinter mir? Nee. Ah, los, 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 los. Fahren. Anhalten. Yeah. Ja, ja, hast du gut geschossen. Ja, ist jetzt unsere erste richtige Runde, die wir jetzt hier ausprobieren. Also, Toni ist jetzt der sogenannte Grünhorn. Grünhorn. Aber, wenn's um's Wegrotzen geht, ist Toni auch immer am Start. Siehe, GTA. Ich komm mal zu dir. Ja, ja, ich hab hier ordentlich was an die, an die, an die, äh, Kosmonautenbacke. Ich muss hier ausweichen. Au! Ich hab einen ganz schönen Treffer abgekriegt. Vorne sind ein paar. Wo bist du? Da bist du? Gut. Ich fahr nach vorne. Das war ein bisschen ungünstig. Wo ist er? Hast du ihn weggemacht? Gut, schön. Ja, ein bisschen hoch. Ja, ja, hier drüben ist noch ein Panzer. Ich kann ihn aber nicht richtig sichten. Uh, ich versteck mich hier hinter den anderen. Ja, fast zerstört. So. Ist da noch was? Da oben, ne? Also, ich versuche immer so lange wie möglich, äh, anzuhalten. Uh, hast du ihn gut, schön. Bin ich. Gut, dann fahren wir hier mal rein. Okay. Siehst du meine Deutschlandflagge hier an der Seite? Hm. Schön, schön. Ja, es kommt immer drauf an. Eigentlich wollte ich ja noch ganz andere Panzer so ein bisschen vorstellen. Aber. Das war irgendwie noch nicht so die Möglichkeit. Und dann immer wieder zurück. Nachladen. Ich gucke mal da hinten, ob da was kommt. Ne. Oh, von vorne. Von vorne. Ich weiche aus. Der schießt nämlich auf mich. Schön. Schön, Toni. Alter, du bist ja ein richtiger Panzerkommandant, ey. Oh, schön. Ey, wir haben gewonnen. Na, das ging ja richtig schnell. Ja, wie gesagt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Und mit den Worten macht Toni, der neue Panzerkommandant und Maximus Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.